Würdest du eher jetzt 200.000 Juwelen aufladen und ein geisteskrankes Opening machen oder deinen Hauptaccount zur Löschung beantragen und den Supportkontakt... Was? Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Pukki. Schön, dass du wieder dabei bist und heute gibt es mal wieder eine neue Folge Brawl Stars! Okay, das war ein bisschen zu viel. Was geht ab, Kevin? Hallo! Hallo, das Ei! Na, wie geht's dir da unten? Hallo! Hallo, hallo! Ja, Leute, Kevin ist mal wieder am Start. Ich würde ja eigentlich sagen, das ist ja eigentlich ganz nice, aber in dem Fall bedeutet das nichts Gutes, denn Kevin, ja, darf mir heute, würdest du eher Aufgaben stellen. Das heißt, das ganze Video besteht nur aus, ja, würdest du eher Aufgaben? Beispielsweise würdest du eher jetzt sofort aus dem Fenster springen oder würdest du so lange Gems aufladen und ausgeben, bis du Leon ziehst? Solche Aufgaben werden wir hoffentlich nicht bekommen. Ich hoffe, Kevin verschont mich. Leute, ich bin immer noch nicht ganz fit, aber ja, ich würde sagen, wird schon langsam wieder und ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Bevor es jetzt losgeht, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, lasst auch gerne ein Abo da, schaut unbedingt bei Kevin auch vorbei. Und gebt natürlich Creator Code PORKL ein. PORKL. Gut, Kevin, ähm, ich, ja, bin eigentlich bereit, also würde ich jetzt behaupten. Darf ich anfangen? Du darfst anfangen, ja. Okay, dann musst du mir jetzt erstmal ganz kurz deine Freunde mal zeigen, wen du da so hast. Nein, 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 dann, Kevin, hör auf, du hast nichts gesehen. Hä, Moment, ich muss nochmal einmal hoch, 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 weiter, 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 weiter. Da hatte ich gar nicht gedacht, dass du das machen könntest. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Das war ein einziger Flex auf meinem Brawl Stars Account. Noch ein Stück, weiter, ja. Dass ich die beiden drin hab. Das ist der einzige Flex, den kannst du mir nicht nehmen, Kevin. Mh, würdest du eher jetzt Equac löschen aus deiner Freundesliste? Oder, gehst du noch auf deine Brawler, oder würdest du jetzt in eine Runde Solo Showdown mit Griff gehen? Pah, lass mich mal überlegen. Also, ehrlich gesagt, ja, ganz ehrlich, also, also ganz ehrlich, ich lösche Equac. LOL! Hä? Ja, keine Ahnung. Ich denk mir so, ich hab den Satz zwar drin, aber eigentlich, wenn man ehrlich ist, was bringt's mir denn? Das ist ja total useless. Der Typ hasst mich, glaub ich, eh. Grüße genauso an der Stelle. Ich weiß nicht, warum, aber kann daran liegen, dass ich das 101 geworden hab. Ich weiß nicht. Ja, der hasst gefühlt jetzt uns alle. Der hasst ja Lukas auch. Equac, wir lieben dich, oder? Eigentlich schon. Ciao. Gut, weg damit, ja. Okay, so. Nächste Aufgabe. Würdest du eher jetzt Hyra löschen? Lass mich überlegen. Der war, glaub ich, ganz cool. Ich glaub, der hat nie was gegen was gesagt, ne? Der ist korrekt. Der hat auch sogar Lukas mal irgendwie so on-stream geholfen, im Brawler zu pushen. Ach, krass. Jaaaa. Ne, dann, 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 einmal Gryph solo schaudern. Ich team mich einfach durch. Hat ja niemand gesagt, dass ich nicht teamen darf, oder? Ja, ich hab nichts gesagt. Du darfst ganz normal spielen. Perfekt. Gut, ich werd jetzt erstmal hier chillen. Da ist eh einer im Busch. Ich kenn die Leute ja. Da wird links oder rechts irgendwann da chillen. Ding ist halt, Vorteil. Ich mach halt die Kisten ultra schnell down. Oh Gott. Du kannst ja neuerdings durch Wände gehen mit seinem neuen Gadget. Und das ist nicht gut. Oh mein Gott. Kevin, Mann. Ich will nicht Minus machen, Bro. Boah, ist in Nustu's da, WTF? Ja, die spielen. Nein, du musst... Ah, okay, du hast, glaub ich, schon verkackt, weil du die Stu's angreifst. Ne, ne, das ist cool. Ein bisschen Respekt brauchen die immer, weil die haben ja eh Angst. Also die werden... Solange ich auf Abstand bleibe, werden die nicht rein dashen. Ja. Weil dann bekommen sie mich eh nicht. Bruder, ich hab mein explosives Schweinchen, ja? Darf man nicht unterscheiden. Ja, das Schweinchen ist, by the way, voll der Scheiß. Voll der Reinfall, muss ich ganz ehrlich sagen. Also fühle ich überhaupt nicht. Tega WTF? Du bist ja eigentlich sogar gut dabei. Und die Stu's greifen sich auch an. Ne, doch nicht. Ja, leider nicht. Oh, da ist ein Galle. Ein Galle? Was macht der denn da? Ja, der will mich jetzt racken, so wie es aussieht. Also wir haben jetzt noch drei Stu's, eigentlich Gail. Oh Gott. Die wollen mich alle racken. Na, shit. Was machen wir? Was machen wir? Eigentlich müssen wir mit einem Galle Team. Schon, ne? Aber. Das ist der einzige, der so halt nicht cool ist. Ich hab da müssen das Team wählen. Wir werden alle miteinander Team. Shit, Digga. Sobald ich meine Ult hab, ist eh easy. Oh! Was? Oh! Oh! Okay. Let's go. Ganz ehrlich. GG's. Plus eins. Da sag ich nicht neun. Lol. Oh mein Gott. Lol. Tatsächlich nicht erwartet. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber tatsächlich ging die Stu's gar nicht mal so übel. Let's go. Cool. Mehr von solchen Aufgaben bitte. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So, dann würde ich sagen, zeig mir mal deinen Shop. Was hast du denn im Shop? Alles. Hast du alle Skins immer gekauft? Ja, Skins habe ich alle natürlich, klar. Aber ich seh grad, ich hab da ein paar Gadgets. Die würde ich gerne kaufen. Ne. Okay. Geh mal aus dem Shop wieder raus. Super. Mann ey. Dann zeig mir mal deinen Club. In was für einem Club bist du eigentlich gerade? Gar keinem. Toll? Ja. Dann würde ich sagen, würdest du eher jetzt einen neuen Club gründen, der heißt Pockys ... Oder würdest du einen neuen Club gründen mit CC Doppelpunkt Lukas? Pass auf. Ne. Ich bin heute mal korrekt, weil ich finde CC Lukas ja auch nicht schlecht. Kann man ja auch mal machen. Aber ich finde CC Puky halt ... Ops. Puky natürlich besser. Aber let's go. CC Lukas? Ja, in die Club beschreiben musst du auch noch CC Lukas reinschreiben. Ja, okay. Gut. Darf ich was anderes auch noch reinschreiben oder muss das so bleiben? Ja. Gut. Gründen. Hä? Hä? Geil. Oh mein Gott. Schlecht an der Stelle. Dann mach mal dieses Doppelpunkt vielleicht weg und mach einfach Leerzeichen. Hä? Nö. Hä? Mach mal nur Lukas als Namen. Der wird auch nicht gehen glaube ich. Lukas ist doch verboten oder wenn ich doch ... Ne. Hä? Digga da haben wir schon wieder was rausgefunden und da gibt es wieder ein Video drüber. Ganz ehrlich. Digga. WTF. Ja okay. Okay. Dann ja. Ja. Aber in der Beschreibung steht es immerhin. Also. Ja okay. Schön. Dann join alle jetzt mal dem Club Lukas. Let's go. Kommt rein. Okay. Nächste Aufgabe. Gehen Sie Mario auf Ihren Namen da. Also auf deinem Profil. Hm. Hm. Weiß ich nicht Digga. Doch. Jetzt ist die Frage. Gehen wir nochmal zurück und zeig mir mal deinen Trophäenpfad. Ach komm. Ja. Gehen wir so ein bisschen durch. Weiter. 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 Okay. Würdest du eher den kompletten Trophäenpfad einsammeln oder deinen Namen jetzt zu einem wunderschönen Namen umändern? Was ist der wunderschöne Name? Den will ich schon davor wissen. Den weißt du nicht vorher. Oh mein Gott. Den gesamten Trophäenpfad. Ja. Oder Namen ändern. Wie lange Namen ändern? Drei Tage oder länger? Hm. Ja wenn du schon so fragst. So eine Woche. Ach komm. Junge. Du kleiner. Kleiner. Loser. Alter. Das ist schon viel ne? Also ich sag mal so. Es ist schon immer noch ein geiles Feeling wenn man da ein bisschen was übrig hat. Jaja. Ah man. Okay komm. Scheiß drauf. Ich lass mich auf den Namen ein. Let's go. Du nennst dich jetzt? Krumme Gurke. Das kannst du ja nicht machen ey. Was für krumme Gurke. Bitte. Ich hoffe das ist nicht erlaubt. Ich werde eingeladen. Ist schon wieder in meinem Club. Kann das sein. Oder? Freundschafts ist. Ich weiß nicht. Krumme Gurke. Ey das geht halt einfach noch. Oh mein Gott Junge. Das muss ich für ne Woche krumme Gurke heißen. Ach du Scheiße. Let's go. Dann nehmen wir aber gleich noch so ein schönes Grün dazu ne? Irgendwann so ein Grün. Sein Profilbild musst du Spike machen. Krumme Gurke alter. Es hackt. Junge. Da sind schon welche in deinem Club glaube ich. Ja irgendwie. Oh. Wow lol. Würdest du eher jetzt jemanden zufällig einladen mit dem du viel pushst. Keine Ahnung diesen Lars da oder so. Der Name sagt mir auf jeden Fall was. Mhm. Oder würdest du jetzt deinen kompletten Brawl Pass mal abholen? Einfach den Lars einladen. Ja. Ja und dann? Ja dann gucken wir mal. Oder den kompletten Brawl Pass. Warte mal lass mal überlegen. Ey ich weiß eh worauf du hinaus willst. Du willst dass ich den droppe und mit seinem höchsten Brawler pushe. Dass der mich am Ende aus der FL entfernt. Ich kann Gedanken lesen Kevin. Scheiße ey. Das ist schon eigentlich immer geil. Ich hab noch nicht mal den Skin abgeholt. Holy shit. Noll. Krass. Okay also Leute. Ich würde sagen dann laden wir den Paradox ein. Weil der Lars kann gerade nicht. Der Lars ist in der Lobby drin. Paradox nimmt auch safe an. Pfff. Noll. Der ist auch direkt auf nicht stören gegangen. Und wahrscheinlich entfernt er mich jetzt gleich aus der Forschungsliste. Ja ich hab ihn grad mal geschrieben. Na gut er ist noch drin tatsächlich. Top. Er schreibt lol. Das ist so die einzige Antwort. Er schreibt nur so lol. Ja er sollt ihn noch mal ein. Okay einladen. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Oh Gott. So und jetzt schlägst du ihm seinen höchsten Brawler vor und spielst mit ihm ne Runde. Du schau da an. Digga du bist so ein keck. Du bist so ein keck alter. Und was muss ich für einen Brawler nehmen? Ja auch deinen höchsten. Auch den höchsten. Achso. Ah das bist du. Und jetzt geh auf bereit. Let's go. Ich schreib einfach let's go. Digga der wird hoffentlich nicht auf bereit drücken. Bitte 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 drück nicht auf bereit. Doch der zieht durch. Paradox zieht durch. Ne macht er nicht. Macht er nicht. Der weiß dass wir Minus machen Digga als ob der da durch zieht. Ich brauche zuerst ne Erklärung bevor ich mit meiner halbste Duo reingehe. Sag ihm wir gewinnen. Mach einfach wir gewinnen. Vertraue. Bruder. Bruder fehlt noch. Vertraue Bruder. So. Let's go. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Nein. Digga. Du musst doch jetzt tryharden. Ok. Ja ich. Digga natürlich. Ich will ja auch kein Minus machen. Aber das ist echt nicht geil. Also diese Kombi wird absolut rankacken. Das sag ich dir. Er schreibt mir gerade auf Insta. Warum Bruder. Oh mein Gott Digga. Es tut mir leid. Paradox. Was soll ich tun. Also das war nicht abgesprochen. Ja. Kevin hat einfach nur gesagt ich soll dich einladen. Und das habe ich gemacht. Ja Paradox. Du warst zur falschen Zeit am falschen Ort. Oh. Jetzt geht los. Nein. Let's go bitte. Ah Mr. Peter habe ich schon mal gesehen. Oh Gott. Da oben auf jeden Fall schon mal auch direkt ein Team. Warte mal vielleicht. Ah mit Mortis. Auch interessant. Oh oh. Pass auch. Der Edgar jumpt direkt gleich in dich rein. Ah. Da weiß ich nicht Digga. Let's go. Oh. Let's go. Oh. Paradox alter. Woo. Das war stark. Ja war das nicht stark von mir. Muss man an der Stelle sagen. Holy shit. Das geht nach. Krumme Gurke und Paradox jetzt hier am rasieren. Die werden gleich respawnen. Dann können wir dann einen wieder abfarmen. Im besten Fall. Die sind hier aber unten ne. Die müssten unten irgendwo sein. Wir müssen hier auf jeden Fall abfangen. Weil das sind gratis Cubes. Oh ja. Das. Oh Gott. Hä. Warum hat denn der vier Cubes Mortis. Also der Edgar ist da draufgegangen. Lol. Das wird nicht gut. Das wird ganz und gar nicht gut. Wobei wenn die jumpen sind die halt total am Arsch. Dann kommt meine Ult und das war's. Also. Das ist definitiv nicht schlau wenn die jumpen sollten. Sehen seid die können eigentlich euch auch nicht pushen. Und der Mordswert glaube ich denke ich deine Ulti raus triggern. Ja ja. Aber pass auf. Eigentlich. Oh. Paradox. Rasierungsapparat. Geil. Ult. Toll. Ja ja. Ihr könnt den Edgar holen. Oder auch nicht. Ja doch. Paradox. Lol. Digga. Was geht denn ab? Geile. Komm. WTF. Also Kevin deine Aufgaben sind echt schwach. Lol. Das tut halt nicht mal weh. Das tut halt nicht mal weh. Du hast einfach durch mein Video dann gleich plus gemacht. Digga. Ja. Oh je. Vier Teams noch. Also es sieht auf jeden Fall jetzt nicht so prickelnd aus. Vor allem mit dem 8er da oben. Ja doch ihr habt 6 Cubes. Ja aber die 8er da sind halt echt abfuck. Auch mit Ult ne. Am Berg gut wenn Paradox auch seine Ulti kriegt. Ja das wäre unnormal gut. Oh mein Gott wir haben die immer getrennt. Ja wenn das jetzt abläuft. Können wir die eigentlich. Eigentlich mal so lange machen. Ja das sind die anderen Teams. Die müssen ein bisschen aufpassen. Da sind alle unten. Alle im Ballen. Oh. Toll Genie. Oh mein Gott bin ich. Oh. Was. Paradox Junge. Neue Maschine. Paradox. Oh mein Gott. Paradox. Nein. 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 Ah. Ja. Yes. Was. Ihr seid 2er geworden. GG. Geil. Oh mein Gott Junge. Oh mein Gott. Sag ich doch. Also was passiert hier. Ich sag Danke Bye. Und jetzt verlasse ich. So. Erstmal gut reingecarriert. Paradox. Gar kein Problem ne. Hab ich gern gemacht. Das ist ja geil. Oh mein Gott. Okay. Ja holy shit. GG's. Sind wir durch oder? Nee nee. Ich hab mir noch was besonderes überlegt für das heutige Video. Du weißt ja. Lukas und ich machen dieses Bestimmformat auch immer ganz gerne. So und bei uns eskaliert es auch schon ganz gut immer. Mhm. Und deswegen dachte ich mir warum sollte es nicht auch bei uns dann schon direkt mal eskalieren oder? Nö. Doch. Ich hab ne ganz gute Idee. Doch doch doch. Geh mal in den Shop rein. Du musst mir nochmal kurz den Shop wieder so in Gedächtnis rufen. Ja. Es ist nichts im Shop Bruder. Was willst du? Doch doch. Es sind Juwelen im Shop. Die sind immer im Shop. Die sind immer im Shop. Das stimmt. So und dann zeigst du mir nochmal eine andere Sache und zwar gehst du mal aufs Homemenü. Ja. So. Gehst du oben auf die drei Striche mal. Mhm. Auf Einstellungen. Dann gibt es ja sowas Hilfe und Support. Da kannst du ja den Support kontaktieren ne? Ja. Ja. So. Und ich hab jetzt nur Aufgabe für dich. Geh nochmal zu den Juwelen bitte. Was hast du vor, Digga? Ich check's noch nicht. Und zwar. Sonst immer weiß ich was du willst. Und zwar. Ja. Jetzt hör mal zu. Würdest du eher jetzt 200.000 Juwelen aufladen und ein geisteskrankes Opening machen oder deinen Hauptaccount zur Löschung beantragen und den Support kontaktieren. Was? Das meinst du nicht ernst, Digga? 200.000 Gems? Let's go. Du willst mich töten, Digga. Du musst halt überlegen, wie viele Gems hast du in deinem Hauptaccount? Hey, Kevin, jetzt. Bro, übertreib doch nicht direkt so. Digga, also. Hä? Das ist so eine normale Aufgabe. 100.000 Gems. Das sind 11.000 Euro. Jetzt in dem Video raushauen. 11.000 Euro. Ja. Und alles öffnen. Ja. Oder den Hauptaccount löschen. Ja. Also löschen lassen. Du darfst den Support kontaktieren. Ja. Und dann schreibst du so, yo, löscht mal mein Account. Boah. Digga, ich hab, also. Mann, 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 Mann. Wenn ich das denen schreibe. Die löschen den dann, oder? Oder, also. Ich weiß es nicht. Ich hab's doch nie ausprobiert. Scheiße. Oh mein Gott, Digga. Warte mal, lass mal durchrechnen. Wie viel kostet mein Account denn circa? Der wird, boah, mit allen Skins und allen Openings, alles, was da reingeflossen ist, wird er bestimmt so 7.000, 8.000 Euro wert sein, schätze ich jetzt mal. Oder ist der mittlerweile... Shit, Digga. Ja, kommt schon hin. Ist auf jeden Fall günstiger, das nochmal nachzuholen, aber dann ist Star Shelley halt weg, ne? Digga, als ob ich jetzt meinen Hauptaccount lösche. Oh mein Gott, Digga. Übertreib doch nicht. Ja, ich weiß, was ich mach. Also, du schreibst im Support halt einfach. Ja. Und dann kannst du ja gucken, was passiert. Ich mach es. Ich mach es. Ich mach es und ich poker einfach darauf, dass die nicht direkt den Account löschen, sondern vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, so ne Sicherheitsvorkehrungen haben und sagen, äh, ja du musst dich verifizieren. Weil wenn das so einfach wäre, einen Account zu löschen, könnte das ja jeder machen, der kurz auf meinem Handy ist. Ja, stimmt. Boah, Digga, bitte. Support. Lass mich nicht hängen. Also, mir reicht es, wenn du den Support kontaktierst und das beantragst. Ja. Okay. Wir machen das. Wenn du Pech hast, dann wird er halt gelöscht. Wenn du Glück hast, dann fragen sie nochmal nach. Schreib uns. Okay. Oh mein Gott. Was soll ich jetzt schreiben? Schreibst du einfach, könnt ihr bitte meinen Account löschen? Ich möchte nicht mehr spielen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Nein. Als ob ich das gerade schreibe. No way. Und absenden. Oh mein Gott. Das tut so weh, Digga. Kevin, ey, wenn das schief geht. Drei, zwei, eins und. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.